Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Daisy's Standalone. Ja, wie ihr seht, sehen wir ein bisschen anders aus als in der Folge zuvor. Das liegt daran, dass auch die Bastion der Dieb, die auf die Aufnahmen, ziemlich ruckelig waren. Ich ein paar Einstellungen vornehmen musste und wir sind auf jeden Fall in Richtung Norden weitergezogen. Wir haben zwar eine Waffe, aber keine Munition. Das haben wir aktuell. Wir haben einen Rucksack. Da wird ein Rack drin, ansonsten haben wir nichts Großartiges. Und ja, wir ziehen einfach mal weiter Richtung Norden, Richtung Airfield. Wenn wir es finden. Um uns ein bisschen weiter aufzubauen. Vielleicht finden wir jetzt auch noch, wenn wir da hinlaufen, den ein oder anderen Haiti Crash. Das wäre natürlich optimal. Und wir sind durstig. Wir brauchen auf jeden Fall was zu trinken. Da unten ist ein kleines Dorf. Da laufen wir jetzt hin. Dann laden wir jetzt hin. Die erste Hütte, da ist auch ein Brunnen, das ist sehr gut, trinken wir jetzt mal was, da liegt auch eine Wasserflasche, die nehmen wir gleich noch mit, das nehmen wir mit, wir trinken jetzt mal was. So, genug getrunken, die Wasserflasche, sieht ja schon aus, ich hoffe da war auch Wasser drin, ich wollte die eigentlich auskippen, dann machen wir die gleich nochmal voll, voll hier, und dann stecken wir die ein, so, hier ist die Tür zu, Nahrung wäre echt super, hier haben wir noch eine Sprite gefunden, Geht gar nichts weiter Daraus schneiden wir uns mal ein paar Raids Das geht gar nicht Okay Laufen wir einfach mal weiter Das brauchen wir nicht Want to eat something? Ja, ich hab auch gar nichts. A little raincoat. A little raincoat. Ist auch nichts zu verdämmen. Hier. Futteren wir mal schnell weg. Laufen wir mal da ins Gebäude. Hier steht ein Zaun mitten in der Wohnung. So. 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 Das war's für heute. Wir können uns auch ein paar Tiere jagen, wenn wir welche finden. Das machen wir nachher mal. Jetzt können wir noch was zu trinken. Guck an, hier ist noch was. Er ist noch auch gleich. Schön tun, Fisch. Da steht ein Auto. Gucken, ob da irgendein gutes Loot drin ist. Das ist nichts. Flare Gun brauchen wir nicht. Ich werde ihn nie benutzen. Viele Brunnen sind hier in der Stadt. Guck an, hier haben wir noch eine Wasserflasche. Die nehmen wir aber nicht mit. Das nehmen wir mit. Schauen wir mal, was es hier zu holen gibt. Küchenmesse. Das wollen wir nicht. Ah, hier. Bacon. Auch ein Stry Bag. Ich glaube, den nehmen wir mal. Können wir noch einen orangenen kleinen Rucksack haben. Oder ob wir großen Orangen haben. Das ist eigentlich ziemlich bumms. Erstmal. So. Weiter geht's. Wo sind wir jetzt gekommen? Von da links, ne? Genau, wir laufen hier rechts hoch. Das glaube ich, können wir zerschneiden, ne? Auch nicht. Ach doch. Zack. So, jetzt haben wir noch ein paar Racks mehr. Was lag hier? Ach komm, wir setzen uns mal so eine coole Mütze auf hier. Zack. Hält uns schön warm. Und jetzt haben wir hier Vitaminpillen, nehmen wir mal mit. Dosenöffner, das können wir auch mit dem Messer aufmachen. Dosenöffner sind nur extra Platz weg. Dann haben wir noch eine Wasserflasche. Dann haben wir noch eine Wasserflasche. Die wollen wir aber auch nicht. Und jetzt haben wir noch eine Wasserflasche. Und jetzt haben wir noch eine Wasserflasche. Und jetzt haben wir noch eine Wasserflasche. und jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Das ist es, es ist es, es ist, 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 es ist. Und jetzt haben wir noch eine Wasserflasche. Vielen Dank. Da unten ist die nächstgrößte Stadt Die sollten wir auf jeden Fall mal besuchen gehen Machen wir auch gleich mal Aber erst in der nächsten Folge Bis dahin, ciao